Ja Mensch, willkommen zurück bei einem neuen Video und zwar heißt dieses Video, keine Ahnung, und es soll eigentlich nur darauf hinweisen, dass ich jetzt wieder genügend Zeit habe, um aufzunehmen. Letzte Woche war es ein wenig knapp bemessen mit meiner Zeit wegen den mündlichen Prüferungen, die habe ich aber alle wunderbar mit B2, was hier irgendwie so ein Mittelding aus 1 und 2 Plus oder so ist, keine Ahnung, das habe ich selber noch nicht ganz verstanden. Also mit B2 bestanden jeweils, also Deutsch, Mathe und Englisch, mündlich, B2, sehr schön, freut mich auch, dass ich das so gut hingekriegt habe, aber da war meine Zeit halt nicht so gut bemessen und ja, jetzt bin ich aber für zwei Wochen im wohlverdienten Ferienurlaub sozusagen und zwar zu Hause, nicht irgendwo anders und deswegen kann ich wunderbar für euch aufnehmen Und das wird auch wahrscheinlich geschehen, dass ich ein bisschen was für euch aufnehme. Gleich werde ich mich an Empire Total War, Shugun 2 Total War, vielleicht auch an Sacred 2 und mal gucken, was noch anfällt, dran setzen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr jetzt schon hier aktiv seid, dann kann ich mal gucken, so nach den zwei Aufnahmen, so Empire und Shugun, dann kann ich mal gucken, was ihr denn so unbedingt gerne sehen möchtet und dann könnte ich das mal gucken, ob man da was regeln könnte, ne? Also, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und äh, ciao!